Dies ist der Schub. Haben die Kinder von heute noch genügend Zeit für Pausen? Aber natürlich, für was gibt's Disneys große Pause? Denn nur in den Pausen macht das Leben richtig Spaß. Disneys große Pause. Gleich. Ja klar, ganz logisch. Eine Schatzkarte, es stimmt wirklich. Ich lass es zusammen auf Schatz übergehen. Zeit bloß auf deine Bühne und Vorsicht. Ein großes Abenteuer. Bringt mir nicht jedenfalls, ich verangst in die Hose machen, Hund, Hund, Hund fallen. Die Muppets stechen in See. Es ist ein kleines Scherz mit mir. Du weißt, ich kann furchtbar böse. Captain Kermit und seine Crew auf der gefährlichen Suche nach dem sagenumwobenen Piraten-Schatz. Muppets, das wird cool. Muppets, die Schatzinsel. Morgen, 18.30 Uhr. Piraten in Sicht im Disney Channel.